Die österreichische Post erwartet auch heuer wieder ein besonders hohes Packerlaufkommen vor Weihnachten. Bis zu einer Million Pakete pro Tag könnten es werden. Damit alle Sendungen im In- und Ausland rechtzeitig bis zum 24. Dezember ankommen, rät die Post, sich an den bestimmten Aufgabezeiten zu orientieren. Prio-Briefe für Empfänger in Österreich sollten bis 21. Dezember und Eko-Briefe bis 19. aufgegeben werden. Die Aufgabefrist für innerösterreichische Pakete ist der 21. Post-Express-Sendungen können bis spätestens 22. abgegeben werden. Bei Sendungen ins Ausland sollte eine entsprechend frühere Aufgabefrist beachtet werden. Alle Post-Filialen werden am 23. Dezember von mindestens 8 bis 19 Uhr offen haben. Filialen, die regulär an Samstagen geöffnet haben, werden auch am 24. Dezember bis 12 Uhr zu Diensten sein. Die Post-Zusteller sind je nach Region und Bedarf auch an Wochenenden im Einsatz, so die Post AG. Am 8. Dezember werden Pakete ganztägig zugestellt. Am 24. erfolgt eine Paketzustellung bis 12 Uhr.